heute habe ich zwei verschiedene mixpackungen und zwar mit den mini versionen von chupa chups mentors und anderen sachen einmal in der normalen version beziehungsweise die jungen version und einmal die mädchenversion frutella kenne ich selbst noch nicht die habe ich schon über sechs monate irgendwie im regal liegen ich weiß auch nicht warum gab es damals bei penny für 2,99 oder 3,99 ziemlich genau zu halloween das war dann halt wahrscheinlich auch der sinn dieser mini packs mit 55 teilen haltbar sind sie ebenfalls noch haben wir einmal mentors mini in zitrone und erdbeer orange erdbeer erdbeer orange zitrone zitrone gut dann haben wir und ich glaube das war es dann auch ich glaube äh frutella glaubt nicht dass sie in deutschland gibt oder sieht so aus als ob das alles so markenprodukte sind aber sagt mir jetzt nichts fokus zieht am orilla schluck 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 Ich habe es sehr gut, aber ich habe es sehr gut. die sind lecker sind richtig ich kann es jetzt gerade schlecht vergleichen mit mao am oder was gibt es da noch schmecken sehr lecker zitronen irgendwer will wie die kamera mal nach hinten fokussieren auch lecker ist nun richtig lecker so 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 Das sind, glaube ich, alles dieselben. Das ist, glaube ich. so normale zucker perlendicker aber nicht so hart ist ein bisschen weicher aber schmecken glaube ich alle gleich weil sie die farben haben nichts mit geschmeckern zu tun naja nicht so toll hat den mist hätten sie sich echt sparen können jetzt schon wieder auf immer dasselbe mit den chupachups luchern glamourous mix dasselbe mit den chupach schnappach 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 Okay. Chupa Chups Sweet Necklace. Süße Halskette. Hab ich in der Grundschule immer beim Kiosk gekauft. Die Uhren davon jedenfalls. Ich weiß gar nicht ob das von Chupa Chups war. Es ist halt eigentlich nur so ein Zuckerzeug und ich glaube sogar, dass ich habe sie mir immer gekauft wegen der Uhr, weil man es lustig fand. Aber geschmeckt haben sie glaube ich nie. Okay, ich sollte mal... Ach nö. Die sind wirklich dazu gedacht halt. Für Halloween, wenn Leute vorbeikommen... Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Dann haben wir hier... ...Mentos Tutti Frutti. Gibt es die überhaupt in den normalen Sorten? Hm... ...Mentos Tutti Frutti. Hm... ...Ganz klassische Kaugummi Geschmack. Also es ist weniger Frucht. Also es ist... Es ist richtig, richtig, richtig übler Kaugummi Geschmack. Also im guten Sinne. Die hätten ja echt Kaugummi drauf schreiben können. Hm... Die gefallen mir gut. Hm... Die gefallen mir gut. Hm... Schwert... ...ashaек. Er tiene keinen Daumen. Entschuldigung... Frutela PartyP… ...Pinx. clap win- Vielen Dank. schmecken eigentlich die sonnen sind so ein bisschen zäh nicht wie marshmallow fast schon wie weingummi ich glaube mit so etwas ähnlichem wie erdbeer so so Das ist sehr schön. Chupa Chups Colors, oder? Zungenfärber mit Kirsche, oder? Ja, ne? Tongue Painter. In der Mädchenbox sind irgendwie viel geilere Sachen drin. Äh, 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 äh. Okay, dann haben wir noch Frutella mit Erdbeer. Hm, ob das genauso ist? Hier war auch gar kein Erdbeer dabei, glaub ich, oder? Oder, ne, doch, doch. Hm, auch lecker. Aber Ich glaube, die kleinen Würfel waren besser Sieht das nur so aus, oder ist das eine andere Farbe? Die Würfel, glaube ich, sind viel härter Sie gefallen mir besser als die hier Ich glaube, das war es, oder? Das geht eigentlich Obwohl, also zum Verschenken, wenn jemand an der Tür klingelt, ist es eigentlich ganz geil Also privat würde ich es jetzt nicht kaufen, allein wegen den Dingern hier zum Beispiel Und einfach zu viele davon Aber ist wahrscheinlich auch nicht der Sinn der Sache, dass man es zum Selberessen kauft Aber gefällt mir eigentlich ganz gut Gut, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal Heute habe ich fünf Maxi-Kinderüberraschungseier Und so